das ist viel besser als zahlen press a button and alphabetically order you must use consequent letters from the same arc or radius problem wir müssen mit einem anfang dann können wir ein b nehmen haben wir hier in dem kreis 1 c werden sogar mehrere c ist hier ist man sie d fg verarscht es gibt kein k schade kann ich zurück wo sind wir denn falsch abgebogen oder sind wir schon falsch angefangen dann gibt es einige varianten was passiert denn wenn wir mit einem anderen anfangen nein ok wir müssen mit dem anfang dann hätten wir hier ein b oder da ein b oder nichts weiter ok b c d f ok g Sind wir schon wieder in dieser Kackschleife? Das ist verkehrt. Ja, I, J und wieder kein K. A, B, C, D, E, E, L, kein F, kein F, kein F, kein F, oder? A, B, C, D, E, F, Gibt es hier noch ein G? Nein, ne? Das ist aber gemein. Ja, dieselbe Sackgasse wie immer. Dankeschön. A, B, C, d die idee schade auch nicht so geil wir haben glaube ich mal ein f kann das sein da ist auch noch eins ok versuchen wir es einfach weiter ich hätte dass sie nehmen sollen wie sie so d da haben wir ein e bringt uns aber glaube ich wieder nichts ach toll und das f durften wir nicht mehr nehmen super idee wir haben ja hier nur zwei wege a oder b also b oder b so von hier kriegen wir kein f von hier kriegen wir kein f also nicht so der geile weg so abc d aber aber c d e darf dann nicht diesen hier nehmen oder wie scheiße es muss der äußere ring seiner kf hallo doch oft aufs f geklickt manno a b c d e ok b c d e f ok diesmal ging es hier gibt es nur das gehe hier h finde ich auch nur hier das ist wieder i da haben wir wieder kein k wenn das so weitergeht klicke ich daneben oder vertue ich mich jetzt gerade was ist denn jetzt hier überhaupt los mensch jetzt sag doch mal ab das c darf ich nicht nehmen dass sie darf ich nehmen dankeschön d e ich muss tatsächlich hier anfangen oder ja das kann doch nicht so schwer sein abc d e d e f g und jetzt mischt h da komme ich nicht hin oder schande h 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 was für ein spaß war klar wie sie in welchen gerade gelaufen die das passt alles nicht mann da wäre noch ein e mal gucken b c d e von dem gehe hier die h komme ich nicht so wirklich weiter von dem hier auch nicht so geil ne fg ja hmm 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 d haben wir dann schon mal gehabt e vollkommener mumpitz zu die und aber am Nein, nein, nein. Hmm. Hmm. oh man es ist so anstrengend abc die fg kein h kein h hast alles nicht schade wie viele is haben wir denn hi und dann j h f g f e d d c ja gut versuchen wir den mal wie c d e f g das war doof oder h i j wo ist das k das uns hilft k m und jetzt ist die frage in o p gibt es dann noch ein q nein ne scheiße m m n n o p q q r s t u 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 T-U-V-W-X-Y-Z Ey, bin ich dein Ernst? Warum hält der Typ denn da seine Hand aus der Mauer? Two Dungeons, na klar! John, bist du's? Oh, all hopes you would find me here! Your younger lost father is behind all this! He is evil! Trusted him or they should have protected her for him! Der Fatty ist gemein! Siehste? Photoframe, but where is the picture? Man weiß es nicht! Skullprint in the wall! Äh, okay! Wir haben John Gray gefunden! Ja! Und der steckt hinter allem Erdluisa entführt? Oder getötet? Man weiß es nicht! Man weiß es nicht! Skull! Feder, 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 Feder! Hab ich doch gerade auch schon gesehen! Boah, dieses Alphabet-Rätsel war Terror! Da ist die Feder! Da ist der Ring! Baseball! Haben wir auch! Mikrofon! Hut! Wo ist der Hut? Ah! Nofretete! Dankeschön! Ah! Ah! Lampe! Palette! Shuttlecock! Äh, Cook! Das war das Puzzlestück! Was zum Geier! Da ist das X! Ähm... Oh! Ein Hut! du bist das wir haben puzzle teile gefunden könnt ihr hier rein ich glückspilz was ist das ich weiß es nicht ich weiß es nicht du siehst aus wie oben ich bin wir mal irgendwie hier so hin schon mal rede ich du siehst aus als kämpft irgendwie hierhin das ist ein stück von einem kleid das tun wir mal dahin ich habe ich gesucht du musst dahin und dahin die frage ist jetzt nur an welche stelle kommt der jetzt wird da nämlich eine schule du kommst dahin alles klar dann gehörst du nämlich in die ecke und werden auch noch so einen schrägen der kommt da oben hin na gut den haben wir jetzt aus Versehen richtig gesetzt könntest du denn noch hin ja das gehört damit hin zusammen hier gehört auch irgendwie zusammen aber ich weiß nicht wie da hin ok dann kommst du nämlich dahin na komm gleich habe ich die übersicht fehlt ja ja mir fehlt sie auch da hin da hin da hin da ist noch eine ecke genau sehr schön wo war denn hier unsere frau luisa da steckt die alte da kommt das kleidchen hin dann kommst du da rein da hin dort herein dort wird der reifen dann wird die straße und du wirst der wagen ja neue erinnerung sie lieben sich wie schön louisa gray seems to be truly in love there are difficulties this solved